Hallo liebe Freunde, ich bin in Polen, ich gebe schon die ganze Woche Seminar, heute haben wir Freitag, neben mir Piotr Kurach, einer der ganz, ganz, ganz grossen Kybernetiker. Seit über 10 Jahren darf ich seine Firma in Polen trainieren. Piotr, darf ich dich bitten zu erzählen, warum du trainierst und was die Seminare seinerzeit bewirkt haben, was sie heute bewirken und vor allem was deine Vision ist. Ja, sehr gerne. Grüezi an alle, beziehungsweise guten Tag an alle, herzlich willkommen in Polen. Es stimmt, was Umwelto sagte, wir haben uns kennengelernt in 2005, da habe ich seine Bücher gelesen und Hörbücher abgehört und dann einmal in die Schweiz gekommen wegen Schulung. Dann haben wir uns entschieden, sofort das gleiche für unsere Leute zu machen. In 2006. Und ganz interessant war, dass schon nach vier Tagen, zweimal zwei Tage, beziehungsweise zweimal drei Tage, in 2006, wenn wir Umsätze nachher verglichen haben, 2007 zu 2006, sind diese um über 40 Prozent gestiegen. Damals von 30 Millionen auf entsprechend plus über 40 Prozent. Momentan machen wir, dieses Jahr sollen wir etwa 145 Millionen machen. Wie viel sollen wir Umwelto verdanken, wissen wir nicht. Aber wir glauben, nach dem Pareto-Prinzip müsste auch hier funktionieren. Vermutlich 80 Prozent ist Erfolg dadurch, dass wir uns so gut und ausschließlich bei Umwelto schulen lassen. Unsere Vision für die nächsten Jahre ist, spätestens alle fünf Jahre unsere Umsätze zu verdoppeln. Und wir glauben, dass wir das erreichen. Und sagen wir vielleicht noch kurz, wie viel das wir trainieren seit vielen Jahren, weil das glauben sonst die Leute nicht, wenn ich das sage. Also wie gesagt, wir haben 2006 begonnen, damals zweimal im Jahr, jeweils drei Tage. Nachher haben wir uns entschieden, Bücher zu verlängern. Und wir machen seit 2006 jedes Jahr zweimal, immer im Frühling und immer im Herbst, jeweils vier Tage. Das heißt, acht Tage pro Jahr. Und ich glaube, wir machen das zum zwanzigsten Mal dieses Jahr. Jetzt zum neunzehnten Mal. Und im Herbst wird das zum zwanzigsten Mal schon passieren. In dem Sinn, wenn du auch Spass hast, alle fünf Jahre immer wieder zu verdoppeln, dann mach doch das ähnlich wie Piotr Kurak und seine Mitarbeiter. Investiere mehr in dich und in die Verkaufskibernetik. Viel Spass, dein Umberto Sachsen.